Hallo und herzlich willkommen. Heute stelle ich Ihnen ein Multifunktionsgerät vor, das perfekt für den Einsatz in Ihrem Büro geeignet ist. Der HP Color LaserJet Pro MFP M477FDM. Mit diesem Multifunktionsgerät erhalten Sie vier Geräte in einem, denn es kann drucken, scannen, kopieren und faxen. Das spart nicht nur Anschaffungskosten für die einzelnen Geräte, sondern auch jede Menge Platz in Ihrem Büro. Die einzelnen Funktionen können Sie bequem über den Farbtouchscreen aufrufen. Das 10,9 cm bzw. 4,3 Zoll große Display ist dabei besonders übersichtlich und bedienerfreundlich. Für die meisten von Ihnen steht sicherlich die Druckfunktion im Vordergrund. Mit einer maximalen Druckauflösung von 600 x 600 dpi und einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 27 Seiten pro Minute, sowohl in Schwarz-Weiß als auch in Farbe, liefert Ihnen der M477FDM eine brillante Farbqualität und gestochen scharfe Druckergebnisse, wie man hier auch an der kleingedruckten Schrift erkennen kann. Auch das Kopieren und Scannen ist bei diesem Multifunktionsgerät kinderleicht. Bei mehrseitigen Dokumenten ist der Dokumenteneinzug besonders hilfreich. Dank ihm können Sie bis zu 50 Blatt ohne lästiges Wenden beidseitig digitalisieren bzw. kopieren. Gebundene Dokumente lassen sich über den Flachbit-Scanner kopieren oder mit einer maximalen Auflösung von 1200 x 1200 dpi einscannen. Die digitalisierten Dokumente können Sie per PDF oder JPEG direkt an eine E-Mail-Adresse, Cloud oder Netzwerkordner senden oder auf einen angeschlossenen USB-Stick speichern. Besonders praktisch ist, dass Sie Word- und PowerPoint-Dokumente direkt von einem USB-Stick ausdrucken können. Sie müssen weder den Druckauftrag über einen PC beauftragen, noch das Dokument in eine PDF umwandeln. Natürlich können Sie auch bequem von Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop Druckaufträge an den MFP M477FDN schicken. Hierzu wenden Sie sich einfach in Ihren Netzwerk ein und schicken den Auftrag über die App Ihrer Wahl. Das dafür nötige Papier findet in einer Papierkassette mit einem Fassungsvermögen von bis zu 250 Blatt Platz. Zusätzlich verfügt das Multifunktionsgerät über eine Mehrzweckzufuhr, die Sie beispielsweise Briefpapier einlegen und nur beim Druck von Rechnungen anwählen können. Neben Papier benötigt man zum Drucken natürlich auch Toner. HP bietet hier unterschiedliche Füllmengen an, sodass Sie sehr flexibel und je nach Druckaufkommen auswählen können. Zum Wechseln der Kartuschen drücken Sie einfach seitlich auf den Knopf, öffnen die Klappe und ziehen die Tonerkartusche hervor. Umfangreich in der Funktion und leicht in der Handhabung. Das ist der HP Color LaserJet Pro MFP M477FDN. Mit einem monatlichen Druckvolumen von 750 bis 4000 Seiten eignet sich der M477FDN besonders für kleine und mittlere Büros, die nicht nur drucken, sondern auch kopieren, scannen und faxen möchten. Ein Tipp zum Schluss. Sollten Sie ein neues Multifunktionsgerät lieber per WLAN in den Netzwerk einbinden, greifen Sie einfach zu dem Modell M477FDW. Das W in der Produktbezeichnung steht dabei für WLAN. Für mehr Infos zu den beiden HP Multifunktionsgeräten besuchen Sie uns einfach auf unserer Webseite. Den Link dazu finden Sie unter diesem Video. Tschüss und bis zum nächsten Mal.